damit willkommen zurück zu einer weiteren folge von pokémon rejuvenation hat jetzt eigentlich erreicht aber ich möchte ein paar nebensächtige sachen machen jetzt statt jetzt sofort die hauptstorie weiter aufzugreifen von daher ich bin so traurig und verloren kann sich dann nicht immer um mich kümmern wenn ich das sicher okay ich gehe bei trainer das dann auch gemacht so 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 frei mich von den bedoos so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mach dich auf einen Genuss gefasst, weil das ist die beste Küche in der... Weil, das weiß ich ja nicht... Du bist einfach nur zufrieden zu stellen, mein Lieber... Ach, das ist wahr. Ja, wenn es erst noch lecker ist, dann ist ja auch heiß. Dann ist alles auf. Ah, das war gut. Ich freue mich, dass du es genutzt. Und kann ich noch mehr verloren Seelen enthalten, die ich nicht gefunden habe? Das ist ja eine gute Frage. Wenn ich es kann, warum sollte ich das Land nicht teilen, mit denen ich es brauche? Ja, wo ist dieser Knoster sein, die erste verloren Seelen, die ich gefunden hatte? Ja, sie ist hungrig, durstig. Und sie hat das Haus, das hätte sie in der Woche lang nicht gebadet. Und... Hey... Oh, es sieht so schön aus, besser als gedacht. Warte mal... Es ist gerade mal eine... Stunde... Wie kannst du das in deiner Zeit ein ganzes Haus bauen? Wie kannst du das in deiner Zeit ein ganzes Haus bauen? Wie kannst du das in deiner Zeit ein ganzes Haus bauen? Ja... Wie ist das? Oh, das ist so gemütlich. Wie kannst du das denn? Wie kannst du das in deiner Zeit ein bisschen machen? Und das kann man dann ja ganz sehen. Das ist ein schönes Lass. Das war's. 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 Das war's.